Du machst Flack, ne? Du bist der Flack. Das heißt, die größte Priorisierung auf der Map ist tatsächlich möglichst schnell genug. Ja, die schießen nämlich auch schon los, weil die haben gar keine Hobbys. Schieß dem einfach mal zurück, weil ich hab auch keine Hobbys. Wieso habt ihr alle keine Hobbys? Du musst hier tatsächlich nicht groß bauen, ne? Was? Nein, mach doch weg, die Scheiße. So, Waffencenter steht. Bei dir auch schon. Das ist fast fertig, Max. Schwache Leistung. Du hast keine Minen gebaut dafür. Schwache Leistung, Max, ganz echt. Schwach. Schwach. Junge, was haben die schon alles? Ja, die, ja, die Minigun-Typen hast du auch. Ne, hab ich verkauft. Ja. Gut, wenn du nicht verkauft hättest, dann hättest du ihn noch gehabt. Ja. Ja. Durch den Minigun-Typen behalt und Center steht für die Dings. Kanone. Krass, du bist fast. Dann, jetzt baue ich mein Dings aus, bisschen. Das bringt aber ehrlich gesagt nicht ganz so viel. Was? Wenn du nur nicht... Das ist das Kanonen-Sender schon hast, wenn du nur nicht die Minen oder so fertig hast. Ja, dann gehst du ja gar nicht so schnell und alles. Ich mach die Minen jetzt so. Was? Lass mich nicht verarschen, warum kann ich das da nicht setzen? Was ist das für ein schlechter Witz? Digga, was ist das für ein schlechter Witz, Alter? Kann ich das da nicht hinbauen, da oben? So, ich hab jetzt auch das Kanonen-Center. Ich muss jetzt ziemlich dringend mal hier oben eine Flugopfer reinstellen, falls die mit Kanonen kommen. So, so kann ich auch dich schießen. Ja. Ne KI weiß natürlich wo ne Flugabwehr steht. Die haben nämlich Aim-Bot. Ne KI, das sind die Typen mit Aim-Bot. Ne KI. Jetzt lässt Du aber schnell stark nachblät. Ich? Ja. Wieso? Ja, weil ich jetzt auch schon das Upgrade-Center hab. Ich hab hier's. Digga, ich hab meine erste Kanonebox. Eigentlich könnten wir mal eine Runde machen, wo wir gegen einfach nur hard trollen. Wollen wir das mal machen? Das geht nicht mit der KI, tatsächlich. Ja, so. Ich hasse KI, Digga. Welche hast du gebaut? Welche kennen? Ich ne ganz normale. Ja, die 20er oder die Heavy? Wie? Ja, die schwerer oder die 20er? Ja, die Heavy, natürlich. Hä? Gleich mal bitte. Hä? Lass mich doch die Scheiße dahin machen. Aber mich will ich nix sagen, aber ne? Deine Kanone, die raucht schon. Ich weiß, aber... Im Aufbau kannst du nicht rappen. Wenn du jetzt nicht ein Tor vorbaust, snipest du voll weg, der irgendwie kann ich... Hat nicht! Das fackt er jetzt rein. Hey, ich konnt kein... ich konnt kein Tor bau. Hey, du kannst da innen drin. Mh, mh... Mh, mh... Mh, mh... Dings... Warte, Kai, können wir Buster direkt aktivieren, dass ich dann direkt schießen kann und dann direkt da rausgehen? Theoretisch, ja... Okay, Kanone direkt reparieren kurz... Kanone steht? Ja, komm... Ich hasse dich, Bruder. Ich schwöre, ich hasse euch. Jungs, ich hasse euch. Zack. Oh, schöner Hit. Was? Lasset den Typen, Digga! Lass doch mich jetzt endlich mal die Scheiß-Abwehr hier hinbauen, bevor er wieder alle wegsprengt. Was machen die mit dir? Ja, der regt mich langsam auf, der untere, ne? Ich krieg halt nie gute Scheiß-Luft-Abwehr hin, weil der die immer schon vorher weggesnipet hat, bevor ich die Scheiße in die Bauter... Ich kann, ich kann versuchen, seine Raketen wegzumachen. Soll ich machen? Ich hab jetzt eh ne eigene Cannon. Ich ziehe aus der eigenen jetzt. Und? Huh! Schöner Hit. Schöner Hit, Max. Nochmal den gleichen Winkel. Ich hab ihn auch im Chor getroffen. Nice. Ey, ich hasse den Hurensohn! Lass mich doch endlich die Scheiß-Flug-Abwehr hinbauen! Kannst du ein bisschen Damage machen, dass wir nochmal die Dings machen. Digga, ich hasse euch, Alter! Könnt ihr immer geradeaus schießen? Fotzen! Feuer geradeaus! Danke! Okay, warte! Nicht den Commander aktivieren! Warte noch auf meinen Schuss! Wir gehen beide auf den oberen, dann aktivieren den Commander, okay? Okay. Hälfte nachgeladen. Ich habe auch keinen Strom. Ich habe keine Windräder. Warte einfach kurz. Ich muss eh noch nachladen. Warte? Ich brauche 3.000, ich brauche keine Windräder, Jungs. Okay, ich bin nachgeladen. Ready? Ich nicht, ich habe keinen Strom. Wie lang noch? Zwei, drei Sekunden. Ah. Okay. Ich aktiviere schon mal, ja? Ich habe jetzt gleich Strom. Jetzt habe ich Strom. Oh, fuck. Ich habe seinen Dings. Ah, fuck. Ich kann nicht höher. Aus meinem Winkel von hier unten kann ich nie höher schießen. Okay, dann mach du den unten. Ich mach... Lass beide auf den unteren Vogt müssen, oder? Ich hasse den Bastard. Ich brauche dringend... Alter, ich hasse ihn! Er hasse seine Mutter, seinen Vater und seine Enkel! Deine Enkel? Oh, wie ist seine Enkel? Den oberen oder den unteren? Wer fuck dich am meisten ab? Ist mir egal. Ich halte hier eh aus. Er fuckt. Er nervt halt. Und mir andauernd die Scheiße wegsnebt. Schönes Ding. Ja. 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 Er hat auch deinen Kogate. Ich hab halt auch keine Stromreserven gebaut, das ich irgendwie ansparen kann, oder so. Wieso? Ich kann gucken, wie hoch ich kommt. Das ist Maximum. Und? Mehr geht nicht. Ich kann den oberen nicht killen. Okay, kannst du noch ein bisschen Amage machen, oder so. Ich komm da nicht rauf. Ich kann ihn abschießen, hiermit. Ja, geht gar nicht. Schön. Der ist so instabil. Okay, komm. Ja, komm. Ich... Ich... Mit dem nächsten Schuss... Und mit dem kann ich! Was? Nein, lass doch! Mit dem kann ich! Warum hast du ihn direkt aktiviert? Oh Gott. Ja, jetzt krieg ich keinen Schuss mit dem Aus. BOOM! Jetzt... Ich... Ich schieß auch nochmal unten rein. Okay, mach. Schieß! Ey, ist eh unten stabil! Boah, schade. Es hat schlecht geht. Tick zu tief. Schlecht geht. Schlecht geht. Es ist eh in stabil. Auf mich, Rakete. Jo, hittet gar nichts. Doch, hat mir links gehittet. Hallo? Danke. Noch mal ne EMP. Schön. Er trifft zusammen, oder? Nein, nein. Doch, doch. Digga, wie kann der sich halten, Digga? Guck dir an, wie der schwankt. Wenn du jetzt noch unten irgendwie hittest... Dann ist GG. Hä, wieso kann ich nicht? Ach so, weil meine Tür nicht jetzt. Oh, ich hab unten gehittet, aber... Warte, nicht aktivieren, nicht den Commander aktivieren. Ich möchte nur... Ich sag nicht den Commander aktivieren, ihr macht's. Natürlich. Fuck. Max, kurzes Statement. Meine Türen deaktiviert. Grab die scheiß Tür, Digga! Bei mir hat's schon wieder die Tür deaktiviert. Ich hasse seine Nuklea. Ja, ich hab noch nen Schuss mit dem Nuklea rausbekommen. Irgendwie ist das viel zu strong, das Nuklea, kann das sein? Ja, guck dir seine Base an. Naja, hab ich gestern geone-shotted mit dem Nuklea-Ding. Oh, deine ganze Economy ist weg. Nö, ist sie nicht. Die sind noch disabled. Was sag ich ja? Der Bastard da irgendeine MP reingejagt hat. Digga, ich hasse diese MP-Raketen, Digga, ich kann nie schießen. Die ganzen Tore immer defekt sind. Digga, irgendwie fuckt der Typ schon ein bisschen ab. Junge, jetzt trifft er wieder. Nee, hat er nicht. Schießt Ding, du hua'mon. Schießt der hin, Digga. Schön. Chiller. Uh, schöner Hit. Du hast, du hast den Operator, oder? Ja. Okay, nicht aktivieren, nicht aktivieren. Warten, warten. Ah fuck, ich hab gar keine Door mehr unten. Er hat meine Door weggesprengt. Max, bist du ready? Gleich? Nö. Perfekt. Ich aktivier, okay? Jetzt. Schönes Ding. Ja, war ja schon so lange gedamaged. Muss ja auch irgendwann draufgehen. 99%, das heißt du wurdest einmal gehittet. Arme Junge. Quando da doin' Älteren, muss man das sein. Also, wenn du mal runterklarkastest, Das ist einfach so lange gedauert. Dann so πολύ, wie das andere als alle da. Spinnige. Mannen noch mal nochmal. Dann würd ich mich auch einfach mal raus! Alles klar, genau da. Was. Spinnige. Du bist.